Oh, da bin ich, ihr Lieben. Und warum auch immer sagt mir mein Twitch nicht, dass ich streame. Mein Twitch ist wieder so witzig heute. Ja, willkommen zu meinem Livestream. Alter, dieses blöde Programm macht mir jetzt voll Schnee auf dem Bildschirm. Das ist eklig. Kann das jemand ausstellen? Oh, fuck, ey. Ich glaube, das kann jemand ausstellen, aber das bin dann nur ich. Kleinen Moment, ich weiß nicht, ich habe heute irgendwas an Einstellung gemacht, aber fragt mich nicht was. Es schneit, warum auch immer. Hörst du mal auf zu schneien? Gut, ich habe keinen Schnee mehr auf dem Bildschirm. Aber das macht sich ein bisschen blöd bei einem Stream. Bei einem Stream, wo ich euch eigentlich ein Otome Game präsentieren wollte. Das wird jetzt auch eines meiner Projekte auf YouTube dann werden. Also ich habe ja jetzt so festgestellt, wie man toll mit Handy streamen kann. Das einzige Problem ist, ihr werdet wohl nicht den Ton hören. Das heißt nicht, die atemberaubend schöne Musik hören. Liegt ganz einfach daran, das Gerät streamt im Prinzip nur mein Bildschirm. Was echt uncool ist. Ich fühle mich so beobachtet von euch. Ja, also wir fangen heute mit Eternal Wolves an. Eternal Wolves oder auch wie es im Deutschen im Manga so schön hieß. Schwur der Zeit. Jo, genau, der Schwur der Zeit war es. Ja, wir fangen gleich mit dem Prolog an. Also alles kein Problem. Ich bin mit dem aktuell wieder mein einziger Zuschauer. Und schon wieder zeigt mir... Ah, ich hasse Twitch dafür. Twitch zeigt mir nicht den richtigen Titel an. Es sagt jetzt Love Letter from Thief X, obwohl es Schwur der Zeit ist. Oh Mann. Das ist so nervig. Ich hoffe mal, der hat Eternal Wolves in seiner Datenbank. Das ist ein bisschen blöd. Scheint nicht der Fall zu sein. Na dann. Let's fetz und so. Dann bleibt da jetzt eben Love Letter from Thief X stehen. Das ist so dämlich. Egal. Ja, ich bin noch nicht ganz fest. Sattelfest, was die Einstellung hier angeht. Ich weiß, ich kann den Chat hier einschalten. Ich kann den, glaube ich, auch richtig fast durchsichtig machen, sodass ich wenigstens ein bisschen von euch mitkriege. Allerdings ist mir das zu blöd. Ich habe den Chat dafür, deswegen auch Twitch bei mir laufen, damit ich im Fall der Fälle doch noch mit euch reden kann. Weil, ja, ich, wie ihr gerade seht, ihr seht dieses blöde Bild von diesem Chat. Naja, gut. Ja, Eternal Wolves ist von Show V Date. Also aus der Show V Date-Reihe. Jeder Charakter, also es ist nicht eins dieser kostenlosen Spiele. Es ist eins, wo man wirklich jeden Charakter kaufen darf. Wie ihr... Habe ich Akatsuki gekauft? Hä? Ich verwirre mich gerade selber. Ich habe doch... Nein, ich habe hier noch keinen wirklich groß gekauft. Gut, ich dachte schon, ich werde hier alt. Den einzigen, den ich aktuell gekauft habe, ist Kansuki Yamamoto. Hat einen Background aufgrund des Mangas. Wie gesagt, ich habe den Manga dazu... Ja, bei mir im Regal stehen, habe ich mir über Ebay mal erworben. Und ich habe die Geschichte geliebt. Ist zwar so ein bisschen 0815, aber ich habe sie geliebt. Ja, und deswegen fangen wir doch einfach mal mit dem Prolog an, der übrigens kostenlos ist. Oh mein Gott, ist das in diesem Spiel was? Kostenlos. Hat er jetzt automatisch? Bitte sag mir nicht, dass du automatisch machst. Egal. Ähm, Lord Masatora. Die Nokisaru sind euch zu Diensten. Ich versuche übrigens wirklich alles diesmal auf Deutsch zu übersetzen. Und daher, ich entschuldige, dass mein Englisch, mein Deutsch, allgemein alles so on the fly so crappy ist. Aber ich gebe mein Bestes. Nur für euch. Gut. Und da hört es auch schon wieder auf. Oh, Confined. Und... Gut. Gut, der Hucho-Clan wurde nach Odawara für den Moment gesandt. Sag mir, Akatsuki. Was kann der Takita-Clan tun? Oh Gott, ich hasse dieses Englisch gerade. Ich hasse gerade dieses Englisch. Es ist echt nicht leicht. Ich müsste jetzt eigentlich mit Wörterbuch hier sitzen. Ähm... Ähm... Es sei, mein Lord, zum, äh... Deputy-Amt-Administrat. Zum Oberhaupt des Ostens ernannt wurde. Ich hoffe mal, das kommt ungefähr hin. Ähm... Gibt es keine... Keine Bewegungen von Seiten Shingen. Würdest du das nicht auch so sehen, Su-Yen? So sehe ich das auch. Er hat seine Basis in Tsutsushi-Gas... Gasaki... Äh... Im Tsutsushi-Gas... Tsutsushi-Gasaki-Palast bezogen. Und keine weiteren Bewegungen von ihm... Wurden... Wurden berichtet. Oder so will er zumindest, dass wir es glauben. Shingen. Dieser Fuchs. Er agiert immer in den Schatten. In der Tat. Jedenfalls wäre es dreist, äh... Eben einen solch dubiosen Titel für... Zu reservieren. Äh... Es tut mir leid, es kriegt zwischen euch eventuell mal ein paar Nachrichten, weil ich bin ein very importantes Mensch und so. Also wenn ihr das seht... Sorry. Sorry, not sorry. Sorry. Pachi fragt. Chi-Chi ist meine allerbeste Freundin. Sie ist meine kleine Seelen... Also meine kleine... Sie ist meine große Seelenschwester. Ich kenne sie jetzt seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren stellt euch das mal vor. Und sie teilt halt auch meine Leidenschaft für Otome-Sachen. Daher ist wichtig. Dokisai. Kansuke Yamamoto. Merkwürdige Gerüchte von Kansuke Dukisai Yamamoto machen die Runde. Yataro, hast du diesen Mann gesehen? Schmerzt mich das zu sagen, aber hab ich nicht. Hätten wir uns jemals auf dem Schlachtfeld gesehen, würde er sicher durch meine Hand sterben. Immer am Voranbrechen, du Muskelprotz. Der Stolz eines Kriegers liegt in seiner Klinge und seinem Bogen. Es gibt kein Schwert, äh, kein Speer, kein Schwert, der lang genug ist, um mich im Zaum zu halten. Ich nehme dich beim Wort. Abgesehen davon, äh, was plant Dukisai. Er versammelt Ninjas von unbekannter Herkunft. Sie sind weder Takedas Spione, noch, äh, gehören sie zum Komitee der Drei. Schuja hat mehr davon, äh, was? Schuja hat mehr davon? Er hat mehr Informationen darüber, ach ja, er hat mehr Informationen darüber, sorry. Schuja berichte, wo ist Dukisai gerade? Schloss Kaisu, seit dem Frühling. Das Schloss in nahe Kawanakashima, hä? Eine andere von Schingens unkonventionellen Fälschungen? Und was ist im Osten, Masato? Herr, Gouverneur Arakawa von Isu hat, äh, seine Pflicht im Mayabashi-Schloss ohne Fehler ausgeführt. Gut. Und ich will, dass Arakawa seinen Kurs weiterhin so fortsetzt. Es sollte bisher noch unbekannt, äh, sein, dass ich den Osten verlassen habe und in meine Provinz zurückgekehrt bin. Jetzt ist der Augenblick zu handeln. Äh. Kommt nicht ins Blick, ins Visier von dem Fuchs Schinken oder von Dukisai. In der Tat. Wer ist da? Und Sehenwechsel. Ha! Ähm, im Übrigen, das Spiel wird euch vielleicht ein bisschen indirekt dezent an Inuyasha erinnern. Also an die, die Inuyasha kennen. Who knows? Me not? Maybe you? Hey, Erenya! Reiß dich zusammen! Was? Äh, oh ja, sorry. Ach ja, und ich benutze wie immer meinen Namen. Es ist ein Otome-Game, natürlich benutze ich meinen Namen. Verdammt. Mitten in der, im, mitten beim, bei den, mitten im Training. Was war das gerade? Ein Traum? Pfff, ein Archery. Ich weiß zwar, das ist irgendwas, ein, ein Schießplatz. Ich glaube, nehmen wir mal einen Schießplatz. Ein Schieß, äh, ein, ich bin heute echt durch. Ein Schießplatz ist nicht, äh, der richtige Ort, um zu träumen. Du läufst drei Runden, Erenya, verstanden? Verstanden? Ich arme Sau. Jetzt muss ich auch noch drei Runden rennen, aber war das noch nie so meine, ja, tollste Leistung. Was war das gerade für ein Traum? Naja, beim Rennen kann man immerhin so schön träumen. Und warum habe ich das Gefühl, dass ich diese Person irgendwo gesehen habe? Endlich ist das Training vorbei. Bist du genauso müde wie ich? Du bist diejenige, die auf dem Platz drei Runden laufen musste. Was, äh, wovon hast du eigentlich geträumt? Sei Vorsicht auf dem Schießfeld. Du willst nicht, dass dich jemand für einen Schieß... Schieß-Dummy hält, oder? Dieser Witz ist... Das ist echt nicht lustig. Ich hatte irgend so einen historischen, dramaähnlichen Traum, glaube ich. Ich kann mich immer noch an all ihre Gesichter erinnern. Sie haben alle über irgendwas geredet. Ein Traum mitten am Nachmittag? Während der Üb... Während des Trainings? Kann man das noch einen Tagtraum nennen? Oh, fraglich. Ich weiß es nicht wirklich. Ach ja. Einer der Leute in meinem Traum sah aus wie Rio. Du meinst, Rio von El Drago? Mom, diesen Traum will ich auch. Es war eine historische Traumversion von Rio. Wirklich? Vielleicht solltest du deiner großen Schwester für diesen seltsamen Traum danken. Ja, deine Schwester ist praktisch gesehen ein Historiker des mittelalterlichen Japans. Es ist unglaublich, wie viel sie weiß. Ich würde sie nicht ein Historiker nennen. Aber sie ist sowas wie ein Kenchen-Uezuki-Fan. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist alles. Nun, das ist natürlich der passende Ort für einen Kenchen-Fan. Ja. Hier in Yoizu, in der Stadt Yoizu, äh... war seine... war sein Hauptquartier. Kasugayama, das Schloss Kasugayama. Mein Großvater besucht immer den Kasugas-Schrein zum Neujahr. Meine auch. Wenn man vom Teufel spricht. Meine Schwester ruft mich an. Einen Moment bitte. Ja? Bist du auf deinem Weg nach Hause? Ist das Training vorbei? Ja, es ist vorbei. Sag mal, Aya, ich habe... vor kurzem einen seltsamen Traum gehabt. Einen seltsamen Traum? Es fühlt sich irgendwie wie ein historisches Drama an. Was? Was von Lord Kenshin? Und natürlich ist das das Erste, was dir in den Sinn kommt. Muss ich dich daran erinnern, dass die Kommandanten der Krieg... der Kriegs... des Kriegsstaates... der Kriegsperiode... des Kriegs irgendwas... keine Idole waren? Wer interessiert sich schon für dieses Popkultur-Zeug? Mir geht es nur um Lord Kenshin. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte zu der Zeit zurückkehren. Ja, ja, da bin ich mir sicher. Also, was... worum ging es in dem Traum? Sie nannten den Typen in meinem Traum Lord Masatora und er hat über die... über die Pläne von Ho-Ju und dem Taketa-Clan gefragt und so Zeug. Was? Dann war es wirklich von Lord Kenshin. Wusstest du nicht, dass Masatora sein Name war, bevor er sich Kenshin nannte? War das nicht Kage-Thora? Oh Gott. Jetzt wird es historisch, Leute. Jetzt wird es schwer historisch. Das war sein Name nach seiner Erwachsenenzeremonie. Um 1561 wurde er Masatora Uesugi genannt. Habe ich dir nicht schon mal davon erzählt? Also, was noch? Was für eine Art Traum war es? Okay, okay. Ich werde dir den Rest erzählen, wenn ich nach Hause komme. Wofür hast du mich eigentlich angerufen? Hups, habe ich ja beinahe vergessen. Erinnerst du dich an den Jungen? Den kleinen Masa? Du hast mit ihm vor zwei Jahren oder so... Du hast mit ihm die ganze Zeit vor zwei Jahren gespielt. Erinnerst du dich? Masa... Oh, der Kleine, der richtig gut zeichnen konnte? Was ist mit ihm? Ich habe gehört, dass er von seinen neuen Pflegeeltern weggelaufen ist. Seine Pflegeeltern? Das ist nicht gut. Er ist erst acht. Oder neun. Zehn. Nach dem, was ich gehört habe. Seine neuen Pflegeeltern wohnen in der Nachbarstadt, also könnte er hierher kommen. Also sollen wir nach ihm suchen, richtig? Ich werde jeden Ort besuchen, an dem ich mir vorstellen kann, dass er sein könnte. Vielen Dank. Und später erzähl mir von Lord Kenshin, okay? Ja, ja. Das ist dein Versprechen. Ja, auf Wiederhören. Masa? Ich erinnere mich nicht, dass du einen Freund hattest. Oh, bitte. Er lebt... Er lebt ganz in meiner Nähe. Wir haben viel miteinander gespielt. Er ist gerade mal zehn, aber er ist von zu Hause weggelaufen. Oh, verdammt. Willst du, dass wir gemeinsam mit dir nach ihm suchen? Danke, aber ist schon okay. Es gibt nicht viele Orte, die man hier durchkämmen müsste. Er ist immerhin nur ein Kind. Ich denke nicht, dass er in der Lage ist, so weit weg zu gehen. Viel wichtiger, er ist schüchtern gegenüber Fremden. Ah, verstehe. Geh nicht zu weit des Weges ab und gerad in irgendwelche Unfälle. Verstanden? Ja, danke. Hast du irgendeine Spur? Hm. Vor zwei Jahren... Wir haben nur... Wir haben zuletzt vor zwei Jahren gespielt und das auch nur für ein halbes Jahr lang. Also, es gibt nicht wirklich viel. Hallo, Tarumis. Es ist heute ein sehr merkwürdiger Stream. Ich entschuldige mich, denn ich streame vom Handy. Das heißt, es ist sehr merkwürdig. Es ist ein lustiges Gefühl. Es ist ein Atome-Game. Und... Hi, Tarumis. Ich laber schon wieder Unsinn. Oh, Mann. Ach ja, ich hab den Chat jetzt nur gesehen, weil ich nebenbei PC anhab. Ähm, ja, wo war ich? Ach ja. Aber die meiste Zeit haben wir in den Weltern nahe meines Hauses gespielt und ich hab jetzt umgeblättert. Ach, Mann. Äh, manchmal mit meiner Schwester zusammen. Wie gut, dass es diese Option History gibt. Ähm, wir haben geredet. Haben... Haben viel gezeich... Haben viel gezeichnet. Sind Bäume hochgeklettert. Ähm... 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 Jedenfalls... Ich geh mal vor. Wie, hab ich schon eine 5 und eine 7? Hä? Was meinst du, Tarumis? Wo soll ich eine 5 und eine 7 haben? Hä? Ich versteh's nicht. Bäume? Äh, du meinst den Ort, äh, an der Quelle, der kleine, da auch, wo der kleine Schrein ist? Ach so, ja, natürlich hab ich, äh, hab ich die Bände von Küss ihn nicht mich. Ich hab alle, die jetzt hier in Deutschland rauskamen. Übrigens, das Spiel, was ich gerade spiele, ähm, ist ja auch ein Manga. Der Titel ist Programm, Schwur der Zeit und so. Und, äh, wir werden uns um die Route des Bösewichts kümmern, weil ich so, äh, sein Schicksal so tragisch fand und, äh, wir werden sehen, ob ich in der Lage bin, ihn zu verführen. Das klingt so albern. Ähm, ja, sie wird die Quelle von Lord Kenshin genannt. Mein Großvater und, äh, Großonkel haben mich zu diesem Schrein gebracht. Jedenfalls, wenn etwas passiert, ruf mich an. Ich muss zu meiner Arbeit, aber wir können immer noch reden. Ich hoffe, du findest ihn schnell. Ach, was für eine nette Schwester du doch bist. Nun, ich bin nicht seine Schwester. Ähm, ich wollte immer, dass er mich so nennt, aber das hat er nie gemacht. Ach, ja, 5 und 7, stimmt, da war ja was, stimmt. Das liegt so lange her, dass ich es gezockt habe, äh, gezockt, dass ich es gesehen habe oder beziehungsweise gelesen habe. Also, richtig, ihre zwei Love Interests, also die, die auf sie stehen, die nennen sie ja 5 und 7, hier der, der, ähm, der schwarzhaarige Typ. Und ich glaub, der Ene Blonde, die beide im Fußballteam sind. Irgend so was war's doch. Äh, wie hat er, wie hat er dich dann genannt? Einfache Renja. Und ja, es ist mein Name, ich will die Jungs verführen. Das klingt so albern. Äh, aber ich bin irgendwie froh, dass ich diese App gefunden habe zum Streamen und so, weil ich kann mehr Otome Games auf meinen Kanal bringen. Mehr Liebe. Mehr Liebe fürs Volk. Oder mehr Blödsinn für meinen Kanal auf YouTube, weil ich fange jetzt mittlerweile auch an, auf YouTube meine ganzen Streams irgendwie gestückelt hochzuladen. Es ist eine Mordsarbeit, aber ich hab immerhin was zu tun jetzt in der Zeit, wo ich krank geschrieben bin. Mal wieder. Äh, klingt, als würde der Junge ein bisschen eine kleine Lektion in Sachen Respekt verdienen. Äh, Junge, Junge Jungs. Junge Jungs, das ist leider so. Junge Jungs wollen wahrscheinlich nicht wie kleine Kinder behandelt werden. Das ist genau das Gleiche wie mit meinem kleinen Bruder. Nun ja, wir sehen uns morgen. Ich gehe besser nach ihm suchen. Ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist. Ich frage mich, ob er an Lord Kenshins Quelle ist. Ähm, mir kommt irgendwie kein anderer Ort in den Sinn, wo er sein könnte. Also habe ich mich entschieden, die Quelle als erstes zu wählen. Ich, äh, zocke auch Aktuelltates auf Systeria ohne Stream, weil geht ja nicht. Ist ja verboten. Ich habe noch kein, kein, äh, Capture Device. Sonst würde ich das wahrscheinlich auch noch Livestream. Oder zumindest auf meinen Kanal laden. Aber kein Capture Device. Und teuer Geld, so 75, äh, 65, 75 Euro um die Drehe. Wenn nicht sogar mehr, kommt auf die Qualität an. Habe ich nicht. Ist nicht. Muss ich abwarten. Deswegen, oh Tome, ganz viel Liebe. Ich frage mich, ob sich Masa überhaupt an mich erinnert. Leute, die das Buch kennen. Pervers lachen einmal bitte. Ähm. Okay. Es ist wieder so ein beschissenes Englisch, was ich nicht lesen kann. Es wird einen kurzen Moment dauern. Äh. Der, der Nachmittag oder die Dämmerung legt sich über den Wald und, äh, verteilt sein Licht nur noch spärlich. Ich finde, das klingt gut, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob es richtig ist. Äh. Ich denke, das war irgendwie, ja, irgendwas, was zu lang war. Es gibt eine Menge, was bei Otome Games zu lang sein könnte. Und das war halt ein langer Schuss. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Übersetzt es euch selber. Scheiße. Ich bin heute so am Ablosen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass ihr heute mit so einem unqualitativen Stream leben müsst. Nein, eigentlich tut es mir nicht leid. Äh. Ich denke, das war ein bisschen zu spontan, würde ich mal meinen. Hilf mir. Irgendjemand. Hilf mir. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die Stimme eines Kindes gehört. Äh. Kommt es von der Nähe der Quelle? Hilf mir. Bitte. Es ist eine Jungsstimme. Aber sie klingt nicht wie Massas. Hilfe. Was denke ich da? Ich kann ihn nicht hier alleine lassen. Ein Augenblick. Ich bin gleich bei dir. Ich bin hier, um zu helfen. Boah. Du machst Scherze. Diese Quelle ist nicht so tief, dass man darin versinken kann. Wie kann es sein, dass ich atme? Ich bin unter Wasser, oder? Hilf mir. Ist er es? Hilf mir, ihn zu retten, bitte. Was meinst du? Rette ihn, bitte. Rette sein Leben. Sein Leben? Wer ist er überhaupt? Er. Er? Aber ist das nicht... Lord Masatora? Weißt du nicht, dass Masatora sein Name war, bevor man ihn Kenshin nannte? Was? Kenshin Uesuki? Sein Leben ist in Gefahr. Ich erbitte dir, ich erbitte, dass du ihn rettest. Nur ihr seid in der Lage dazu. Erst du und dann ihr. Scheiße, wenn man es im Englischen nicht so schnell sieht, dass es jetzt etwas mittelalterlich wird. Ah. Ist ja nicht so, als hätten wir davon gesprochen, dass es das mittelalterliche Japan ist. Okay. Was soll das bedeuten? Wer bist du? Fürchte dich nicht. Ihr seid in der Lage. Hey, warte! Hey, Sui. Hast du das gehört? Unterschätze niemals einen ehemaligen Ninja. Ich könnte selbst flüstern aus dieser Entfernung hören. Meine Beine mögen mich zwar betrügen, aber meine Ohren tun es nicht. Genug von deinen Beinen. Ich nehme an, dass du nicht alarmiert bist. Was ist mit dir, Su? Nichts. Würde es dich umbringen, mal einen ganzen Satz zu reden? Wenigstens einmal? Ja, würde es. Nein, ich glaube, würde es nicht. Mein Lord behält immer seine Bodyguards von der Quelle fern. Nicht einmal wir, die No Kisadu, sind in diesem Wald erlaubt. Ein spezieller Ort hin oder her. Ich hoffe nur, er kommt unverletzt zurück. Hey, mein Englisch ist heute echt wieder für die Tonne. Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, wie ein Außenseiter uns bei dem letzten Kriegsrat beobachtet hat. Ich stehe da so überhaupt nicht drauf. Mittelalterlich und wir fangen jetzt mal mit totaler moderner Sprache an. Klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.